Der Platz vor der Gottesmutter hier in der Laurentius-Kirche ist von einer der beliebtesten Plätze hier in der Kirche. Viele Menschen kommen hier Tag für Tag hin, entzünden eine Kerze oder schreiben hier die persönliche Bitte, hier in das Fürbittbuch hinein. Hier wird gebetet, hier werden die Freuden, Wünsche, Hoffnungen formuliert, aber auch die Sorgen vor Gott gebracht. Das heißt, hier an diesem Ort haben Menschen einen Kontakt zu Gott. Im Evangelium des nächsten Sonntags heißt es, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Das hört sich fast an wie eine Provokation. Was ist in dieser Zeit denn schon erfüllt, da wir unter den Umständen des Coronavirus leiden? Aber vielleicht wird das gerade Erfüllung, dass wir Gottes Nähe suchen in dieser Zeit und so auch zum Ausdruck bringen, indem wir eine Kerze anstecken. Das können wir hier in der Kirche machen. Das können wir auch zum Ausdruck bringen, dass wir auch aneinander denken, auch in dieser heutigen Zeit. Georg. Musik. 991- uphold. Wir beenderástico darüber. unbeliebt werden mini volunteeristen Auch im Mitch. Nach. Nach.